So, ja. Aha. Einmal schießen reicht. Aber jetzt habe ich es. Wenn du es gut triffst, dann landest du genau oben in der Mitte und dann müsste die Power reichen. Ja, du triffst das Gelbe schon nicht sauber. Das ist es. Ja, Flatscher. Ich komme nicht rüber. Vielleicht bist du zu schwer. Ja, vielleicht. Leg doch mal ein bisschen Klamotten ab oder so. Was soll ich da machen? Oder könnte folgendes sein, dass wir die Portale drehen müssen. Das heißt also, ich muss jetzt hier eins reinschießen. Und da. Warte mal, warte mal. Und du musst die anderen jetzt setzen. Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine richtig gute Idee gerade. Aha. Ich bringe mich da oben hin. So. Und jetzt. Jetzt machst du das Rote unten auf mein Lila mess einfach. Und ich bringe mich direkt quasi von Rot auf Gelb. Ja, das müsste gehen. Das war schlau. Das war schlau. Stunde später hier. Wow. Die Punkte gönn ja wohl mir, Meister. Das bringt das Spiel auch, ja. Warte mal, was muss ich denn überhaupt machen. Hier muss ein Stein schon rein oder so. Warum müssen wir da oben hin? Na ja, warte mal. Na ja. Na ja. Du musst jetzt wieder so beknackt hüpfen da. Warte mal. Ja, aber da oben ist so ein Fahrstuhl. Du musst irgendwie... Na ja, da oben musst du hin. Warte mal. Da. Wo bin ich denn jetzt? Da. Aua. Ja, warte mal. Ach, da ist einer. Ich mach nur noch mal das Gable bitte da unten, wo mein Lila messen. Na, so ist das eigentlich klappen. Boah, sehr gut. Was denn? Ja, jetzt stehe ich hier, aber alleine bringen wir uns das nix. Ja, wir brauchen schon hier. Du musst da oben hin. Du musst da oben hin. Wie kommst du da hin? Wo oben hin? Da oben. Da ist dieser blaue Strahl da irgendwo. Ne, ich sehe es ja. Äh, warte mal. Ja, doch, doch. Ich müsste hier durchfeuern. Äh, da. Aber geh doch mal. Geh, beam dich doch mal da oben zu meinem hellblauen hin. Vielleicht siehst du da ja irgendwas. Nimm das rote auf mein hellblaues. Alter. Achso. Achso. Genau, geh mal hin. Vielleicht siehst du jetzt irgendwas von da. Ja, da drüben ist der Knopf. Ja, aber da ist nix, wo ich hin kann. Keine weiße Wand. Ich vermute. Ne, ne, da ist kein. Ich vermute mal, ich muss durch diese weiße Wand springen. Das heißt, ich müsste da jetzt mein rotes hin machen. Und dann schmetter ich da durch und dann müsste ich da hochkommen. Mit Schmackes. Achso, ah. Doch, ja. Ja, das müsste gehen. Warte mal. Das sieht so dämlich aus, ey. Vielleicht kann ich dir aber auch helfen. Ja, ich überlege gerade. Warte mal. Ne, ich denke. Ja, warte mal. Wie ist denn das? Wie nehme ich denn am besten Fahrt auf? Durch eins von dir, oder? Das ist völlig egal. Das ist egal, ne? Ja gut, dann kann ich mir ein rotes... Ja, dann leg mir doch eins da hin. Komm. Da muss ich nicht ständig meins neu legen. Ja, muss ich aber jetzt das hier benutzen, so, ne? So, ne? Boah. Scheiße. Nimm dir doch das Gelb jetzt neben mein Lilamiss oder so. Nee, warte mal. Ich kann mir hier ein Gelbes reinmachen. Ja, genau. Das geht schon. Okay, also ich muss da mit Schmackes durch. Warum komme ich denn da nicht hoch? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch gerade schon überlegt, ob ich von hier... Warte mal kurz. Ach, Quatsch. Da ist eins. Jetzt sehe ich's. Okay. Moment. Ne, das kann ich selber machen. Warte. Ähm, da war ein. Ne. Ne, ne, warte mal. Du musst mir schon helfen. Ja, Obe. Ja, ja. Ja, ja, ich sehe's jetzt gerade in deiner Kamera. Also das da, ne? Da, ne? Ja. Das heißt, äh, warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? Äh. Geh doch mal hoch. Ach, ne, warte. Ich sehe das da oben nicht. Ne, das oben... Da oben? Pass auf, ich leg mir da oben jetzt... Kannst du dir eins hinlegen, genau. Ich leg mir da jetzt mein rotes hin. Dann musst du mir aber... Ne, da kommst du jetzt auch nicht hin. Ich leg das da auch nicht. Hm. Oder es muss... Warte mal. Ich kann die höchsten halt... Kannst du mir dann hier eins hinlegen? Also da? Ja, da? Ja, genau. Aber, ach so, und wo noch? Ne, warte mal. Ich muss jetzt erstmal... Ach, scheiße. Jetzt haben wir uns... Da oben, wo es rote ist, da kriege ich auch noch eins hin. Da kriegst du auch noch eins. Genau, warte mal. Das sollte reichen eigentlich, oder? Ne, ich muss auf die Plattform oben drauf. Ach doch, ja, stimmt. Hier ist es... Du kannst hier mit meinen jetzt drauf. Und du kannst hier gleich den Weg legen. Warte mal, da ist das. Das da. What? Ja. Ja, wenn du steins... Ne, ne. Jetzt gehst du erstmal hoch und dann musst du da, wo jetzt mein... Mein hellblaues liegt, musst du gleich das gelbe hin tun. Aber erst, wenn du oben bist. Ja, genau. So, warte mal. Jetzt das... Wo es hellblau ist, musst du jetzt das gelbe hin. Genau. Ah, nein! Aua. Ja, da bin ich ja wieder. Also, da rein, ne. Okay. Ja. Flatsch. Ja, super. Sehr gut. So, ah, Kügelchen. Welche? Brauchen wir noch eins? Ne, oder? Den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Toll, hä? Na, komm. Mensch, das strengt ja das... Das Hirn an, du... Jo. Jo. Laufel. Und tschö. Tö. Gude. 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 Man muss hier... Hier durchkommen wahrscheinlich, ne? Dann sind die Portale gelöscht. Ja, dann... Warte mal. Was passiert denn? Dann geht hier die Klappe da weg. Das heißt, das freie Schussbahn von hier aus. Ja. Ja. Ah. Aber das Ding ist... Hier kann man irgendwie Schwung holen. Ah. Leg du mal oben und unten ein Portal hin, bitte? so und irgendwie halt warte mal ich muss mal aufhören aber so geht's ich weiß wie es geht ich auch ja Moment Moment so geht's noch nicht nein nein warte mal also pass auf du gehst da rein erst mal so und gleich muss ich dann weil ich fliege jetzt ganz ganz schnell und dann muss ich hier schon mal einen so machen und im Flug muss ich mir dann ne warte mal der löscht ja dann den Kram wenn du da durchgehst ah ne das ist ein Timer der läuft ne ne das ist ein Timer der läuft ne ne aber sobald ich hier durch diese schimmernde Fläche fliege also in meine Portale gelöscht das heißt das muss alles mit einem Menschen gehen ja dann muss ich da muss ich du musst jetzt da drin eine Runde fliegen ich muss drücken und dann das Portal drüben schießen ja im richtigen Moment musst du äh das gelbe dahintun wo mein Lidermis ist ja genau flatter erstmal da durch hast du ne so Knopf drücken geht doch sehr gut jetzt musst du da drücken ne was passiert dann äh auch dasselbe wie mit deiner Uhr das heißt das heißt du musst jetzt hier oben du jetzt musst muss für mich jetzt hier öffnen genau hier unten auch noch ne das passt schon ne das ist ok unten noch eins hin genau so jetzt geh ich da rein dann musst du den Knopf drücken dann gehen oben diese diese Sachen hier weg ne und dann und dann schießt du drüben rein ja ja spring dich erstmal durch oh ich glaube nämlich dass meins vielleicht nicht hinzu ne es passt alter ja sehr geil ja ich warte ich kann dich abklatschen ich will das mal winken abklatsche ist ohne ja ja sorry oh abklatsche hier oder klatsch so rein damit demontage und tschö tschö gode in dem an seine eigenen unsicherheiten erkennt kannst du aufschreiben wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest immer in der gegenseite nicht einfach wie sie überlegen ja war das beispiel ab was mach ich warte mal ach so wir müssen stein schulen hier kann man irgendwie durch durchrauschen hier drüben wieder was passiert hier ja warte mal ich kann ja hier wieder warte ja ja richtig da könnt wieder draußen aber war moment der du selbst nicht nur mit fremd vor Ort aber wohl mit dem Land das Toro Portal also und wird dann hinlegen ich guck gerade weiter vielleicht hier unten irgendwo naja warte mal irgendwie da drüben hin ja mal kurz der Entschuldigung da oben ne da ja so ein Entschuldigung der Sarschhoff ach so das meinst du ach da oben guck mal da da ist so ein Ding wo ach da ja genau ja dann rüberfeuern willst du oder äh ne warte ja dann leg ich dir was rein warte so viel Spaß ah ne warte mal wenn ich da jetzt durchgehe dann ist es nämlich wieder weg oder ja ja aber du kannst doch von hier von wo von hier drüben kannst du doch ach da ja ja Moment du musst aber erst wieder hier naja stimmt da kannst du ja nicht durch Jahre ist das kompliziert hier ja das wird nachher noch so heftig so bist du drin ja ich schwebe so warte zack jo jetzt musst du das ah du drückst das Knöpfchen schon gut bleib schön drauf ja ja so ich geh mal weg aber ich glaube dass die Kugel hier auch kaputt geht meinste ach so warte mal da muss man sie vielleicht auch hochschmettern ja das wird wahrscheinlich schon neben mir gehen ok nochmal ich brauche ein Portal von dir ups oh ich liebe das das ist drin ja so so Bällchen wie du da lang lebst kannst du das Bällchen da hochschmeißen irgendwie ne ne gell äh warte mal kurz äh warte mal warte mal geh mal da runter bitte ah das Bällchen kann auch schon mal das Ding halten ah vielleicht kann man sich mal ein zweites Bällchen aber ich weiß nicht ob das was bringen soll doch doch das ist es dann kannst du dir zweiten Ball holen ja und dann ach so mhm oder warte mal nimm mal den Ball vielleicht können wir uns den abgeben abgeben nimm mal den Ball ja naja vielleicht hab das wenn du jetzt zu mir kommst ja hast du ja verrückt aber achja und jetzt brauchen wir aber Portale hier ja jetzt komm ich hier aber nicht mehr durch warte mal das heißt naja gut also der Ball liegt jetzt schon mal da wo er sein muss ich helfe dir sofort nö ist der Ball kaputt? ne komm durch mein Portal ich dachte das geht schneller aber ich verstehe ihr möchtet den Test genießen lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch unterhalten also naja gut ja tschö schrecklich